Dass ich mal als Elfjähriger so getan habe, als wäre ich obdachlos in Frankreich. Habe mich an eine Wand gesetzt, habe die Kappe hingehalten, habe meinen Kopf so runtergedingst. Ich war halt ein Kind. Digger, nach fünf Minuten, ich hatte drei Euro oder so oder mehr sogar. Na, nach fünf Minuten, Bruder, ich hatte fünf Euro oder so schon. Das war so geil. Also das soll, das macht man nicht. Das ist Weird Jam. Ich war ein Kind. Aber, Digger. Ich war nicht zehn Sekunden, saß ich da. Bruder, es kam direkt, das Geld hat geflossen. Das hat so geflossen, das Geld. Weil, als Kind kriegst du wahrscheinlich mehr, I guess. Also das ist meine... Also deswegen habe ich wahrscheinlich so viel bekommen. Das war gottlos, wie viel ich da bekommen habe. Und dann hat meine Mutter mich so weggezerrt und gesagt, hör auf! Weil, da wollte gerade eine Dame mir Geld geben und dann meinte Mutter, hey, hey. Nein, mach nicht. Gottlos, die Ellen Tüch ist aus Gott.